Der Citizen-Score wird fortlaufend angepasst und vorgelegt. Ein herzliches Amazing an dich und alle weiteren BesucherInnen. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Du beginnst dich gleich auf eine Tour durch unser Innovation Center auf dem Weg zur Smart City. It's not just smart, it's amazing. Hast du das Zeug dazu, ein Smart Citizen zu werden? Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausstrahlung von Hello Smart City. Der Citizen-Score wird fortlaufend angepasst und neu gewertet. Der Citizen-Score wird fortlaufend angepasst und neu gewertet. Siehst du schon den Weg in die neue Zukunft?